so da sind wir wieder so da sind wir wieder eine kleine pause pause so die lichteffekte die stimmen auf jeden fall so also wir haben erfahren dass mir eine durchgeknallte psychopatin ist und wohl irgendwie ein wie heißt der t-virus ich kann schon mit halbissen glänzen wir sind die virus virus aber virus so und wir dachten indem wir diesen kleinen süßen knopf hier drücken wird sich irgendwo eine treppe bemerkbar machen aber wie wir sehen keine reaktion gut und ist die blutflecken übrigens sehr sicher dass du bist aber noch angeschlagen oder egal egal aber jetzt kann man mein letztes als zwei flaschen für das bisschen blut hier opfern wenn wir sterben stellen wir halt an unsere frau kann uns erst mal nicht mehr so theoretisch können wir nicht durch die tür durch die küche gehen zwei jahren hallo 25 person schnauze machen ja das ist das alles hatten wir schon etwas neues drinnen aber es ist schon eklig näher um diesen komischen so theoretisch ist das jetzt der weg zurück frau ist tot wir könnten also eigentlich flucht antreten aber das wäre auch zu langweilig wenn es gehen würde schnell weg einfach ans auto wieder weg aber ja guck mal auf die karte bitte vielleicht küche da ist noch irgendwie das ist ein ausrufezeichen also rechts 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 in die ecke haben wir bolzenschneider aber ja tatsache die sicherung gut dann gehen wir jetzt mal dahin wo die sicherung wo die sicherung wo die sicherung noch mal war das in dem leserraum ne ja genau wo die sich versteckt die alte ist doch eine frau oder wo ist der da der ist ah der ist das was haben wir jetzt getriggert Ich schaue nur gespannt auf den Bildschirm. Oh, fuck, scheiße. Hör auf damit. Fuck. Die liegt noch. Wo hast du die Acker? Oh, schrauben sie heran. Die Acker hat sich durch die Acker, oder? Ich drück ja. Ich kenne sie. Haben sie zu? Ja, ich kann nichts. Ich krieg schon. Ja Kann man das noch heilen? Ja, der Scharzen einrufen Die Scheiße Nichts ernsthaft? Das ist jetzt wirklich Also, da muss jetzt immer irgendwas getan werden Ohohoho Siehste Offiziell stumpi, aber es ist immer noch ein bisschen Das ist jetzt die Frage, hätt ich da irgendwas tun können? Wahrscheinlich schon, oder? Ja, weiß ich nicht, ob... Ja, ich hätt wahrscheinlich gedrückt, wie du gesagt hast, gedrückt halten müssen Vielleicht kann ich nochmal eine Hand aufnehmen und irgendwie Abzertrauben Geht's hier rauf Der wird ja jetzt nicht lange überleben, oder? Im Stumpen Ja, das ist die Frage Und? Ja, das ist die Frage Und? Warum, warum, warum Warum, warum, warum? Ja, sieh der gesagt Dachboden sollen wir gehen, ne? Ach ja, nur noch eine Hand Bistolen, Polizio Oh Oh, Mann Oh Mann Wechseln sicher, ne? Ja Deine Hand lässt sich schwer nachladen, ne? Wird zerspiel solche Elemente, ehrlich? Weiß es nicht Ah, wir müssen noch verblühen Links aufm Tisch Links aufm Tisch Ah, ich wollte erstmal reingehen und Einmal Pistole und Munition Oh, hier aus Ich bin das alte Schieber jetzt, oder? Meinst du? Meinst du? Nee, kein zufrieden Fenster irgendwie aufm Dach Au, Mitch, hör auf rumzuheulen Ja, wir wollen ja, die Hand fehlt, ey Mit Treppe rechts Ja, ich mach's ja Achso, okay Mit Treppe, was ist das? Oh 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 Fuck, kapit Ich bin jetzt Komm Wait, also, ich hab... Ich lass jetzt mal so drücken Ja, 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 ich bin fertig Komm Was ist denn hier denn da? Okay, ich geh schon, ich geh schon Oh, schau das denn aus Hä? Die Strecken... Die Streppen positionen Warum ist sie hier oben? Was wollen wir wissen? Was wollen wir wissen? Was wollen wir wissen? Ich bin hier! Oh nein! Wo ist sie denn? Geht mir auf Fels, Motherfucker. Jo, komm! Nein! Deiner hat nachladen, das ist natürlich scheiße, ne? Was ist das mit den 10 oder was ist das? Das ist doch noch ein Held, ne? Wer wäre die Felserei? You are dead. Ja, Huven. Bitte schön. Ja, ich versuch mal mein Glück, ne? Wir hatten es gesagt, also oder auch glaube ich offline gesagt, wenn man stirbt, gibt man noch das Pad-Up im Dark Souls-Stil oder halt wenn man jetzt, sag ich mal, zwei Stunden am Stück spielt. Ich glaube, ich war jetzt auch schon gut dabei. Ist ein bisschen tricky. Man weiß jetzt nicht, ob man Button-Smash-Muster R2 oder ob man dann jetzt haben wir natürlich auch noch die... ne? Das war letztendlich beibehalten, leider Gottes. Okay. Fine. Was ist das hier wegschreiben, oder? What? Hm. Hahahaha. Halt, ich will sich die mal beim Spiel zugucken. Guck mal. Die Tonne haben wir schon wieder noch. Obwohl die blöde Kuh ja auch echt viel aushalten hat man ja gerade schon gesehen. Ich werde aber noch schießen. Ich werde aber noch schießen. Es muss alles runterkommen. Was ist das jetzt auf dem Platz, oder? Oh, das ist vielleicht ein wenig in der wirtschaftlichste... Ihr müsst euch nicht mehrzen. Das ist gleich weg. Ich würde es zu nehmen, Alter, ey. Oh, das ist doch ein glückiger. Srecklich. They're relying on me. Everyone is relying on me. Du schießt nur den Junge du schiebst aneben ey. Das ist ja nicht Pulp Fiction man. Ja schön, ja aber machst du doch gut, machst du doch gut. Na die töten, nachladen, nachladen. Ah sehr schön. Jetzt nimmt die Kettensäge und hack sie in 5 Teile. Du schießt lieber auf, oder? Nein, du lasst lieber, ich glaube das würde jetzt nicht mehr so ein Monitons verbrauchen, oder? Jetzt schon durch die Firma. Aber der sah ja noch relativ normal aus. Welcome to the family, son. Ja, aber vielleicht ist das jetzt Kapitel 1 gewesen. Vielleicht ändert das Spiel auch so, dass wir ganz ein Teil der Familie werden. Auch so. Ja. Ja. Das war wahrscheinlich erst das Intro, nehme ich mir zu gern, ne? Ja, komm mal. Dann kommst du nicht auf uns jetzt. Ja. Du hast Arbeit zu tun. Ich bin überhaupt arm, oder? Ja. Es ist einfach nur das Intro des Spiels. Wer war das gar nicht? Wer war all you people? Wo ist Mia? Eat it. Es ist gut. Dumb sumbisch. Es ist nicht gut, wenn sie ihn verraten. Ja. Das ist gut. Das ist gut. Der Junge muss essen. Der Junge muss zu essen. Komm her, Junge. Komm her, Junge. Oh shit, oh shit, oh shit. He's not eating it, Jack. He's not eating it. Shut the hell up, my Luis. I made that for him. Get the hell out of here. You're a son of a bitch. Oh, I can't believe any son of a bitch. He's not eating it. He's not eating it. This was supposed to be a very special feast. What's wrong? Come a boy. He's not eating it. He's not eating it. Oh god damn it. I bet it's that copper again. God damn pigs. I'm coming back for you. Oh. Ich wollte nämlich gerade die Hand abgehackt, den Gang, wo du bist. Ich werde dir die Alte leben auch noch. 3% ich liebe dich. Ja, hört die Worte an. Machen wir mal hier dieses wieder? Die linke Schultertaste? Ah, guck mal, die gibt echt noch, die Alte. Hat sich zu dir umgedreht gerade. Leute, ey. Oh, oh, oh. Ich denke mal, wir haben das Spiel letztens gar nicht so viele Möglichkeiten. Ich würde einfach mal... Kannst du das nicht aufnehmen, was hier drin ist? Oh, das ist jetzt. Okay, gut. Achso, wahrscheinlich, ja. Oh, Kauter. Oh, gedugt, oder? Besser Spiel, das gedugt durchspielen. Wo hang der Locker? Geh mal auf die Map bitte kurz. Wo sind wir jetzt? Welche im Stuttwerk? Wettgeschoss. Ach, wir waren eben im Gästehaus auch nur, ne? Scheiße. Ja, das stimmt. Das ist jetzt mal. Ah, Peter Walken. Peter Walken war auf jeden Fall auch auf der Todesliste drauf. Ne, brauchst du nicht. Es geht einfach nur darum, dass die drei Jungs vermisst wurden und hier ein Spukhaus halt besichtigen wollten. Wobei man ja immer noch sagen muss. Ach, Säge, Seil, Tierhalsband. Das ist ein teures Tierhalsband. Ähm, wie gesagt, einer war ja noch... Also, Andrew ist tot. Und... Peter. Aber diese eine, Clancy... Der war ja irgendwie... L oder so. Mal gucken, was mit dem passiert. Da kannst du ja... Ich will dich immer zu dir noch umdrehen, ne? Mit den letzten Kräften. Habt ihr euch ganz genau im Blick, mein Himmel? Ja. Dem Ziel folgen, ne? Flieh aus dem Haus. Ja. Ja.